Hi, willkommen zurück zu Astronia. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir brauchen... Ist umgefallen, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Gemisch. So, da haben wir schon mal ein bisschen was. Um ein Habitat zu bauen. Dann bräuchten wir aber noch mehr Gemisch. Gemisch, Gemisch, Gemisch. Ohne Ende. Ähm, kondensieren, auf jeden Fall. Einfach um... Hydrazin hatte ich eigentlich, ne? Gemisch brauchen wir einfach, um auf einem neuen Planeten... Ich weiß immer noch nicht, welcher es werden wird. Wird spontan entschieden. Um da Verbindungen zu setzen und auch zu bauen. Harz ist zwar wichtig, für hier diese, diese, äh... Bau... Grund... Bau-Rohlinge zu setzen. Ich weiß nicht, wie ich aus dem Grund wieder rauskommen sollte. Bau-Rohlinge zu setzen. Aber, ähm... Kupfer, Alu, mal gucken, was ich dafür bekomme. Hier wird alles getauscht gegen Gemisch. Warum ist da kein Platz mehr? Naja, gut. Super. Der kann ja ankletten. So. Zwei Gemisch. Oh, der ist so teuer erkauft halt hier. Vier Gemisch. Das ist echt richtig teuer erkauft. Das möchte ich so nicht. Dann lasse ich das lieber hier und... Hm. Ich könnte... ...vielleicht Hydrazin tauschen. Rucksack voll. Weil Hydrazin bekomme ich hier ja doch recht billig. Ertrag drei. Tausche ich das hier eins zu eins? Oh, nee. Auf jeden Fall nicht. Nicht eins zu eins. Dann gehe ich lieber nochmal... ... und gucke, ob ich irgendwo Gemisch finde. Also eins zu eins tauschen ist es mir echt nicht wert. Dafür ist... ... äh... ... Hydrazin... ... äh... ... den Knopf wollte ich drücken. Dafür ist Hydrazin... ... äh... ... zu teuer. Ich will jetzt nicht sagen zu wertvoll, weil ich das auch relativ einfach bekomme. Aber... ... echt zu teuer, ja. Ich darf für... ... ein Stack Energie... ... einmal Hydrazin bekommen... ... und das gegen einmal Gemisch tauschen kann. Töööö... ... ich denke nicht, dass sich das lohnt. Da hinten ist... ... Harz. Da ist irgendwas... War mir da schon mal? Hier ist auf jeden Fall Gemisch. Und irgendwas... ... irgendwas, was abgestürzt ist. Was ist denn das? Hm... Sieht aus wie Müll. Das Ding blinkt. Ich buddel es mal aus. Gucken, was dabei rumkommt. Ah, ich verbinde mich. Da ist auch Gemisch. Da wollten wir hin. Aber auf jeden Fall setze ich jetzt... ... viele, viele, viele Verbindungen, die ich nicht habe. Also nehme ich mir noch mal Gemisch. Setze dann Verbindungen. Und... Oh Gott. Erstaunt. Und begeistert. Jetzt doch die Aufnahme anders. So, ich nehme jetzt Gemisch. Baue mir Verbindungen. Und dann wollen wir mal gucken, was da hinten das Ding kann. Im Zweifelsfall ist das Schrott. Gemisch. Verbindungen. Ich baue direkt zwei. So, jetzt muss ich das Ding nur noch wiederfinden. Hier ging es lang. Hoffe ich auf jeden Fall. Okay. Ich versuche mich noch mal in Terraforming. Das muss ja irgendwann mal gut gehen. So. Jetzt kommt hier der Part. Boah. Einwandfrei. Dachte ich auf jeden Fall. Ja, wird schon, wird schon gehen, so. So. Hä? Oh, die Verbindungen, ey. Das Spiel beherrscht die Kunst der Ablenkung. Bei mir auf jeden Fall. Mein Ziel war es jetzt echt, auf einen anderen Planeten zu fliegen. Zack, finde ich hier so ein, so ein, auf der Suche nach Gemisch, so ein irgendwas. Und muss natürlich bei gucken. Das sieht echt interessant aus, ne? Da ist auch noch so ein, mega geiler schwarzer Forschungsball. Ich stelle den mal hier nebenhin, dass wir ihn nicht vergessen. Tada! Jetzt wird das Ding ausgebuddelt. Kann man da irgendwas dran anschließen? Doch wohl nicht. Oh, es blinkt. Oh, es blinkt. Ich muss das Ding ausbuddeln, ne? Ich habe keine Energie. No Power. Bin ja echt mal gespannt, was das kann. Vielleicht kann ich auch... Na, wobei, es ist kaputt, ne? Das wird bestimmt nicht fliegen. Stark wäre es auf jeden Fall. Aber das Ding fliegt nicht, da bin ich mir fast schon sicher. Da ist was drin. Was drin. Ah, jetzt. No Power. Habe ich mir das Ding jetzt hingesetzt? Hier ist was dran, drum und drin. Da. Aha. Dann macht das Sinn. Harz, Kupfer, Alu, Titan und so ein Sitz. Den Sitz nehme ich nicht mit. Sitze haben wir genug. Das ist bestimmt nur Schrott, ne? Ja, ist nur Schrott. Hier geht es wieder in irgendeine Höhle. Gut. Da möchte ich aber nicht rein. Ich wollte ja ursprünglich nur Gemisch holen, ne? Und habe dann das Ding entdeckt. Ende damit, dass ich gleich wieder zwei Forschungsbälle über die halbe Mätschung hier. Ja, so ist es, ne? Man muss auch die Arbeit machen, die ansteht. So. Das war's in Sachen Gemisch. Schade. Jetzt habe ich gerade zwei Stacks Gemisch. Drei. Also, abgesehen von den zwei Stacks, die ich für Verbindungen gebraucht habe, habe ich einen Stack gut gemacht. Ja, hat sich gelohnt, ne? Absolut. Die jonglieren wir nach Hause. Vielleicht finde ich ja da drin ein bisschen Gemisch. Wer weiß denn schon? Kann ja alles sein. Hier mein wunderbares Nicht-Mein-Loch. Wo ich eine Verbindung tief eingebuddelt habe. Aber sie erfüllt noch ihren Zweck. Also kann das nicht so schlimm sein, wenn man die einbuddelt. Okay. So, die haben wir gleich daheim. Und wo ich auch mal gespannt bin, hat man irgendwann einfach alles erforscht und bekommt dann nichts mehr? Kupfer! Hey! Oder kriegt man einfach nur Ressourcen weiter? Hm. Ich freue mich drauf, das rauszufüllen. Hydrazine! Rucksack voll. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Verbindungen dabei. Genau. So wollte ich das machen. Ich stecke schon wieder fest. So, ein paar Verbindungen noch dabei. Ansonsten eigentlich nichts mehr, was irgendwie... Ach doch, einmal Titan habe ich das sogar noch. Kupfer, Kupfer, Alu. Dann tausche ich das Titan auf jeden Fall noch gegen... ...Gemisch. In der Hoffnung, ich brauche keinen Titan mehr. Da hatte ich noch ein... ...Frei. Das Habitat wollte ich noch angebaut haben. So, das passt. Das Ding hätte ich mir auch hier hinbauen können. Da hätte es wenigstens gut ausgesehen. Ja, ich sag mal, das muss so. Das geht bautechnisch auch gar nicht anders. Aluminium kommt weg. Kupfer kommt weg. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Ich nehme auch ein bisschen davon mit. Es ist ein bisschen... ...einz... ...zwei. Ich sehe nix. Drei. Rucksack voll. Nochmal eins. Zwei. Drei. Vier. schön. So, dann Kupfer, Alu. Ich räube hier echt alles, ne? Das wird auf jeden Fall nochmal generiert. Und dann haben wir ja fast alles. Dann können wir ja abheben. Machen wir auch. Rucksack auf jeden Fall nicht leer lassen. So, einsteigen, anschnallen, los. Und ab. Und hoch damit. So, getankt ist. Harz. Treibstoff. Und Gemisch. Also Harz haben wir auf jeden Fall genug. Oh, ich Idiot. Ich hab das eine Lager unten stehen lassen. Oh, Gott. Bin ich ja... Oh, nein. Warum bin ich denn so verpeilt? Nochmal runter. Das Lager mit Gemisch mitnehmen. Oh, nein. War nicht so meine Glanztat gerade. Vor lauter Euphorie abzuheben und auf irgendeinen anderen Planeten zu fliegen ein ganzes Lager vergessen. Naja, gut. Treibstoff haben wir ja noch genug. Dann, ähm... tanken wir halt nochmal kurz. Das ist halt jetzt doof, wenn ich da gelandet bin, ne? Das ist doof. Das ist richtig doof. So geht das. Das hat auf jeden Fall gepasst. Dann... kondensieren wir noch ein bisschen. Ruck ist voll. Ich hatte ja noch angeklettet, ne? Das ist dann... gut. So, da auch ran. Und ich hoffe, jetzt komme ich hier oben wieder. Ja. Ne, das war falsch. Jetzt bin ich da oben drin, ne? Ja, gut. Jetzt bin ich im richtigen Schiff. Jawohl. So, jetzt kommen wir auch weiter raus. Und? Ich habe alles dabei, was ich mitnehmen wollte. So. Da waren wir schon. Wüstenhaft oder verstrahlt? Mist, verstrahlt das gerade weg. Ja, dann wird es wüstenhaft. Wollte ich auch gerne mal ganz weit rausfliegen. Weit raus schwimmen. Ganz weit. Da ist der neue Planet. Mal schauen, ob ich jetzt hier doch noch weiter rauskomme. Ja, komisch. Also zumindest ein bisschen weiter. Und da ist... Ja, nee, hier fliegen wir hin. Wüstenhaft. Das ist gut. Erdenähnlich. Karg. Gibt es noch? Andere Planeten. Wüstenhaft. Nehmen wir mit. Fliegen wir hin. Jetzt müsste ich mir noch eine Landezone aussuchen. Hier, die fliegt gut aus. Da waren so ein paar Kreise. Es sah aus wie so eine Dartscheibe. Da fliegen wir hin. Ganz kurz entschlossen. Oh, es ruckelt. Ich weiß, warum wüstenhaft. Ich wollte eigentlich aussteigen. Ich wollte eigentlich aussteigen. Naja, gut. Versuchen wir uns auf einem anderen Fleck. Wenn ich den Planeten denn finde. Da ist er. Den nehmen wir mal. Der ist nicht ganz gerade auf der Bahn, sondern ein bisschen weiter abseits. Da fliegen wir mal hin und da landen wir. Und dann wollen wir mal gucken, was hier passiert. Ob das immer noch so blöde aussieht. Jippsieks. So. Hier steigen wir mal aus. Der kleine Dicke. Hier gibt's Pflanzen. Und würde ich sagen, einen Würfel. Hier ist aber direkt schon mal eine Höhle. Hier könnten wir uns doch quasi einnisten. Hier gibt's Steine. Steine, ja. Ich darf nicht zu weit weg schwimmen. Sonst gehe ich hier in der Höhle drauf vor lauter Sauerstoffmangel oder keine Ahnung was. Da, hier, da gibt's Forschung. Aber ich weiß nicht, ob ich mich echt hier niederlassen sollte. Hier gibt's. Ich lauf noch mal ein bisschen weiter, ehe ich das so entscheide. Aber hier scheint's echt nicht viel was zu geben, ne? Einen blauen Block. Den gibt's auf jeden Fall. Den buddel ich mal aus. Ich kann ihn nicht packen. Alter! Was fliegen denn hier für Bälle rum? Ich glaub, das wär uncool, wenn die mich irgendwie treffen. Vor allen Dingen, warum? Nee, hier bleiben wir nicht. Nee, 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 nee. Wollen wir uns nicht an, wir fliegen weiter auf. Irgendwann wird was gut aussieht. Sprit haben wir ja genug, ne? Vielleicht kommen wir hier später drauf zurück. Vielleicht. So, wüstenhaft. Exotisch? Nein! Ich möchte aber auf exotisch jetzt. Was ist das? Verstrahlt. Nee, jetzt warte ich, bis ich auf... Nee, dann... ...warte ich auf jeden Fall ab. Boah, es dauert richtig lange, ne? Bis der wieder... Oh, 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 oh. Auf exotisch möchte ich immer noch landen. Verstrahlt erdenähnlich. Ich glaube, viel mehr gibt's dann auch nicht, ne? Aber exotisch ist auf jeden Fall das nächste Ziel. Da wollen wir hin. Das dauert jetzt zu lange. Ähm, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und macht's gut. Ciao!